Ja, ich wollte euch mal kurz das Rudel vorstellen. Hier haben wir natürlich die wichtigste Person, das wichtigste Wesen. Ja, es ist schon praktisch eine Person. Hier haben wir Azara. Azara ist vier Jahre alt, ein Rhodesian Ridgeback, also ein afrikanischer Jagdhund, den man hier vor allen Dingen an dem Streifen erkennt. Und Azara ist vom Wesen her eine ganz, ganz liebe, ganz aufgeschlossene Menschen und anderen Hunden gegenüber. Und die begleitet uns Tag für Tag. Dann haben wir Frauchen, die zweitwichtigste Person hier an Bord. Die zweitwichtigste Person im Rudel, nach der Azara natürlich. Frauchen heißt Stefanie. Und Stefanie ist einigen auch von euch noch bekannt als Try It Girl, hat viele Geräte der Firma Vorwerk ausprobiert und ist auch sehr besorgt immer um Azara. Und ich bin der Uli und in meinem Hauptberuf interessieren mich vor allen Dingen Aktien und die Aktienmärkte. Und das hier ist unser Hobby und wir sind das Rudel, wir sind die Rudelcamper. Und seid doch gespannt, was wir noch alles unternehmen werden und seid doch gerne immer dabei. Und wenn es euch gefällt, natürlich den Daumen setzen und abonnieren. Ich weiß nicht, was du toll redest, ich rede mal super oder welch. Ich weiß nicht, was du toll redest, ich rede mal super oder welch. Für die